Mh, und wie das hier wieder duftet. Hä, hä, hä. Ach, ne Bärenpelz, der braucht noch. Der braucht noch. Aber, äh, der ist frisch. Den legen wir ab. Der ist getrocknet. Der ist auch getrocknet. Ach so. Okay. Aber das muss weg. Und, äh, das ist getrocknet. Das auch. Äh, das ist getrocknet. Das ist noch nicht getrocknet. Das auch nicht. So. Klatsch ich das hier wieder überall hin. Lalalalalalalala. Ja, ich weiß. Ich könnte das einfach auf dem Haufen liegen lassen. Aber ich will das so machen. Nerv mich nicht. Ja, ich mein dich. Lieber Zuschauer. Oh. Äh. So. Ach man. Du aber dam. Äh. Äh. Dann eben hier. So. Oh nein. Das ist jetzt falsch rum. Äh. Entschuldigung, aber das muss jetzt sein, ja? Äh. Nein. So. Ach. Besser. So. Das braucht gar nicht mehr so lange. Okay. Dann lege ich noch eben Zeugs ab. Und dann schlafen wir erst mal drei Tage. So. Ähm. Hier, ein paar Federn. Und dann. Ach, ich schmeiß die Schüsslinge einfach hier rein. Und den Rest krassen wir hier hin. Ach, guck mal. Ähm. Bitte schön. Ach, warte mal. Rehaut. 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 Da kann ich mir noch mein Dings reparieren. Meine Schuhe. Ja. So. Yay. 100%. Sehr schön. Sehr schön. Meine anderen Sachen mache ich da auch gerade fertig. Äh. Ach so, warte. Die schmeiße ich gerade noch hier rein. Und dann. Die Derne kommen da hin. Und, ähm. Das kommt mal mit. Puh. Das Park ist getting kind of heavy. Ja. Beschwer dich nicht. So. Dann reparieren wir den ganzen Kappels hier mal. So. Ich habe jetzt alles so weit repariert. Also. So weit heißt, bis es dunkel wurde. Ganz toll. Jetzt muss ich erst mal wieder schlafen gehen. Ähm. Vorher musste ich noch etwas Abendbrot zu mir nehmen. Mh. Zum Beispiel leckeres, frisches Hundefutter. Wow. Frisch aus der Dose. Oh, ein bisschen Schnitzel können wir auch noch essen. Oh. Wolfsschnitzel. Mh. Und noch ein bisschen Wolfsschnitzel. So. Das reicht. Trinken. Dann haben wir es. Dann strafen wir jetzt erst mal. Ah. Es fährt langsam. Es fährt. Es fährt. Ah. Stille. Äh. Drei Stunden und leid. Gucken wir mal, ob wir noch viel schlafen können. Ich bin auch noch nicht ganz ausgeruht. Warte mal. Eine Stunde geht noch. So. Das sieht gut aus. Ah. Ja, ja. Was ist das? Ach, die ist kaputt. Ja. Die kaputte Lemo. Ich muss noch Sachen fertig abarrieren. So. Das, das, das. Oh, das. Oh, jeder. So. Ach so, ja. Dann haben wir ja alles. Alles im tippitoppi Zustand. Und dann können wir mal das Zeugs hier reintun. So. Dann haben wir das auch erledigt. Und, äh, hallo. Ich hab hier noch was. Äh, das hier. So. Dürfen wir jetzt nicht mit dem Geladenen verwechseln? Können wir das hier drauf tun? Können wir das nicht an die Wand nageln? Das wäre echt cool. Nee. Wo packe ich meine Gewehrsammlung hin? Hm. Hier so. Besser kann man ein Gewehr gar nicht präsentieren. Hä, hä. Und dann hab ich noch ne Kugel. Die stick ich jetzt mal. So. Alles ablegen. Danke. So. Dann haben wir alle wieder zusammen. Dann hab ich noch das hier. Die Fackeln kommen woanders hin. Das Ding können wir wieder hintun. Und das müssen wir reparieren. Hallo? Mein Beil geht kaputt. Das geht nicht. Äh. Äh. Ja. Macht Sinn. Okay. Okay. Ah. Besser. Ähm. Äh. Reparieren. Ich glaub den Schleifstein braucht man dafür. So. Hab ich eigentlich keinen Ersatzbeil? Echt nicht? Wann, wann, wann. Äh. Gut. Wo kommen nochmal die Fackeln hin? War das hier? Nee. Da kommt Holz hin. Äh. Da kommen die rein. Äh. Da. So. Die Fackeln im Sturm. Dann. Guck mal, ich hab ja noch einen Dosenöffner. Den leg ich zu dem anderen Dosenöffner. Hier kommt mal eine Dosenöffnersammlung hin. Das sieht nicht schön aus. Warte. Ah. Moment. Ich hab's gleich. Äh. Äh. Ah, verdammt nochmal. Das sieht doch nicht aus. Oh. Ich krieg Anfälle. Ah. Ach, leck mich doch. Einfach nicht hingucken. So. So. Ach, das Ding muss ich wieder ablegen. Ja, 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 ja. Ich leg das erstmal hier so hin. Ja, 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 ja. Kann ich das einmal schärfen, bitte? Mhm. Oh. Ah, immer eben den Wettstein kaputt gemacht. Haha. Einfach mal vier Stunden lang geschleift. Äh. Geschliffen. Warte mal. Geschleift? Geschliffen? Keine Ahnung. Haben wir gemacht. So. Ist immer noch nicht ganz fennig. Gefällt mir noch nicht. Ich brauch mehr Schleifsteine. Ich brauch viel mehr Schleifsteine. No, 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 no. Wow. 99 Prozent. Das soll reichen. Ja. Ja. Ach, guck mal, das Messer auch gerade nochmal. Warum nicht? So. Schärfenfähigkeit auf 72. Mein Gott. Ich kann jetzt schärfen wie ein Weltmeister. So. Den kommen wir wieder weg. Äh. Ähm. So. Ja. Dann haben wir das. Sind wir wieder scharf? Ich bin total scharf. Hahaha. Äh. Das ist auch bei dem Eimer. Ist ja schön. Äh. Muss ich wahrscheinlich wieder was essen. Und vor allem die trinken. Hahaha. Pff. Den ganzen Tag mit Schleifen ver... 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 Schön, wenn die Dinger immer noch in der Luft fliegen. Das ist total bekloppt. Das ist total bekloppt!